Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Darstellung negativer Zahlen. Und für alle folgenden Kapitel hilft es immer sich bewusst zu machen, dass Computer nur 0 oder 1 kennen. Beziehungsweise war oder falsch, high, low, wie man es nennen möchte, nichts anderes. Daher haben wir auch kein Minuszeichen, um negative Zahlen darzustellen, so wie wir es gewohnt sind. Wir müssen daher um dieses Defizit herumarbeiten. Und die erste Möglichkeit, die wir dafür kennenlernen, ist die sogenannte Vorzeichenbetragsdarstellung oder auch nur Vorzeichendarstellung. Und dabei wird stets das erste Bit verwendet, um anzudeuten, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Und die restlichen Bits stellen dann einfach den Wert dar, den dieser Zahl oder dieser Betrag hat. Hier sehen wir grob ein Schema. Dabei wäre eben diese vorderste Stelle, die aber eigentlich in der Zahl, sage ich jetzt mal, die letzte Stelle ist. Denn wir fangen bei einer Zahl immer rechts an, sie zu lesen. Also die Einserstelle wird sich immer ganz rechts befinden. Das heißt, ganz links können wir von der letzten Stelle sprechen. Man kann auch ganz rechts von der letzten Stelle sprechen. Daher ist das keine gute Bezeichnung. Es ist aber diese Stelle, die das Vorzeichen ist. Und hier unten hätten wir ein Beispiel. Das heißt, wir können erstmal feststellen, ob diese Zahl positiv oder negativ ist. Diese Zahl ist negativ. Es handelt sich also dabei um eine negative Zahl. Und diese Zahl hat eine Eins hier an der 0 ersten Stelle, zweiten Stelle und an der fünften Stelle. Und die gibt ja wiederum den Wert 2 hoch 1, 2 hoch 2, 2 hoch 5 an, beziehungsweise 2, 4, 32. Und in der Summe wäre das dann die 38, also minus 38 als Dezimalwert. Hier oben ist noch eine Tabelle. Hier sind links einfach Binärzahlen dargestellt. Wenn es sich dabei nur um eine Betragsdarstellung, keine Vorzeichenbetragsdarstellung handelt, dann wäre die 0, die 0, die 1, die 1 und das Spiel geht so weiter. Und mit der Vorzeichenbetragsdarstellung würde es sich hier jeweils um positive Zahlen handeln. Und zwar genau die, die auch hier stehen. Das hier wäre jetzt eine negative Zahl. Und zwar könnte man sagen, die negative 0. Aber die positive und die negative 0 ist auf einem Zahlenstrang genau an derselben Position. Daher ist das genau derselbe Wert. Man kann aber höchstens, wenn man das Minus hier notiert und das Plus hier notiert, wiederum von diesem Betrag auf die binäre Darstellung zurückschließen. Und dann hätten wir hier die Minus 1, die Minus 2 und die Minus 3. Das ist schon die Vorzeichenbetragsdarstellung. Und daneben haben wir noch die Exzess- bzw. die B-1 und B-Komplement-Darstellung. Und um die kümmern wir uns in den weiteren Videos. Und um die B-1 und B-1 und B-1 und B-1.